Hey Leute, was geht? Ich bin's, der Probe. Ich wollte euch sagen, ich wollte heute eigentlich das dritte Let's Play von Assassin's Creed hochladen. Aber dort stand dann irgendwie, dass ich es gelöscht hätte. Also war die ganze Arbeit wie sonst. Mit dem Hochladen meine ich. Und ja, das wird dann halt wohl eben erst nächste Woche stattfinden. Tut mir leid, aber ja, dann bis nächste Woche. Ciao.